So, liebe Gäste, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich muss Sie noch mal um ein bisschen Aufmerksamkeit bitten. Teil 1 der offiziellen Eröffnung haben wir ja schon hinter uns. Jetzt folgt Teil 2. Und dazu begrüßen wir auch noch neue Gäste, die uns jetzt per Livestream zugeschaltet sind. Das sind im Wesentlichen Kolleginnen und Kollegen von mir. Mein Name ist Christian Seelos. Ich bin Chefredakteur beim Energiefachmedium Energate. Ja, wir stehen hier. Wir haben hinter uns die einmillionste erneuerbare Energienanlage, die E.ON zusammen mit dem regionalen Netzbetreiber Edis ans Netz genommen hat. Es ist ja eigentlich ein schönes Zeichen, trotz der schwierigen Diskussionen, die wir ja durchaus auch haben. Aber es ist ein Zeichen, dass die Energiewende vorangeht. Und es ist Anlass für uns genug, um jetzt auch hier noch mal in eine Diskussion zu gehen. Denn neben mir stehen für die Gäste aus dem Livestream Thomas König, CEO von E.ON und dort zuständig für die Netzaktivitäten. Und Klaus Müller, ein besonderer Gast, Präsident der Bundesnetzagentur. Herzlich willkommen. Herr König, ich fange an mit dem Gast, Herr Müller. Wenn es um die Netze geht, wird ja immer viel über die Übertragungsnetze in der Öffentlichkeit gesprochen. Das sind die großen Projekte, die stehen im Fokus. Aber es sind ja eigentlich die Verteilnetze. Wir haben das, wir, die hier im Zelt sind, wir haben das jetzt ja gerade schon in den Vorreden gehört. Aber es sind die Verteilnetze, die ganz wesentlich sind, auch für den Erfolg der Energiewende. Welche Rolle messen Sie den Verteilnetzen bei? Jetzt haben Sie mir die Antwort in den Mund gelegt. Eine große natürlich, eine deutschlandweite. Eine, die, glaube ich, noch mal viel näher an den Menschen, an den Unternehmen ist, als es die schon eben erwähnten Übertragungsnetze sein können und sein müssen. Vielleicht liegt es daran, dass die Defizite bei den Übertragungsnetzen, sowohl regulierungsnetzplanungsseitig, wie natürlich auch bei manchen Bauaktivitäten, die offensichtlicheren waren. Darum hat die Politik ja eine ganze Menge dafür getan. Wir haben eben schon ein bisschen über Osterpaket und dazu gehört dann noch das NSIG und die EU-Notfallverordnung. Also die ganzen Beschleunigungspakete geredet, die sind, glaube ich, gut und wichtig. Aber ich merke bei mir eindeutig seit einem guten halben, dreiviertel Jahr reden wir in der Bundesnetzagentur schon mehr über die Verteilnetze und ihre Herausforderungen. Nicht, dass wir das mit den Übertragungsnetzen abgehakt hätten. Da müssen wir auch noch ein bisschen schneller werden. Aber der Fokus verändert sich und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Die Verteilnetze rücken stärker in den Fokus, sagen Sie auch. Herr König, das ist natürlich Ihr Geschäft. Sie haben gerade auch schon gesagt, die einmillionste erneuerbare Anlage ist jetzt schon am Netz, aber es werden noch viele, viele dazukommen. Was bedeutet das für Sie? Ja, ich habe es vorhin ja schon mal erläutert. Wir sind stolz darauf, die einmillionste Anlage heute angeschlossen zu haben, aber über einen Zeitrand von 15 Jahren. Schauen wir jetzt nach vorne, dann haben wir acht Jahre, um planerisch zumindest weitere drei Millionen erneuerbare Anlagen und drei Millionen neue Kunden anzuschließen. Wallboxen, Ladeinfrastruktur, elektrische Wärmepumpen und dezentrale Speicher. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, wenn man einfach mal die Zeiträume und die Anschlusszahlen miteinander vergleicht. Aber ich habe es ein paar Mal schon gesagt, das sind die Herausforderungen, denen wir uns gerne stellen. Wir freuen uns über jeden Kunden, den wir neu anschließen dürfen. Unsere Mannschaft ist herausragend ausgebildet und vorbereitet. Und jetzt müssen wir es anpacken. Das, was Sie anpacken wollen, dahinter steht ja auch ein großes Investitionsvolumen. Mit welchen Investitionen planen Sie in den nächsten Jahren? Also die letzten Zahlen, die wir veröffentlicht haben, sehen in den nächsten fünf Jahren 26 Milliarden Euro vor. Das ist also echt eine stolze Zahl. Und ich darf sagen, wir haben dieses Investitionsprogramm über die letzten drei Jahre jedes Jahr nach oben angepasst. Und ich will jetzt nicht vorgreifen unserer Mittelfristplanung, die wir natürlich auch mit dem Aussichtsrat noch besprechen müssen. Aber Sie können fest davon ausgehen, dass diese Zahlen weiter wachsen werden. Denn wir reden nicht nur von Planung, sondern Herr Müller hat es vorhin auch schon gesagt, ich kann es nur für die EON-Netze bestätigen. Wir sehen in den Ist-Anschlüssen von 21 auf 22 auf 23 in jedem Jahr eine Verdoppelung. Das ist exponentielles Wachstum. Und es passiert bereits. Also es ist nicht mehr irgendwelche Zukunftsmusik, sondern es passiert. Und das ist natürlich eine echte Nummer für uns. Das ist ja natürlich auch eine große Herausforderung, die Investitionen zu stemmen, das Kapital zu beschaffen. Jetzt herrscht hier im Zelt natürlich feierliche Stimmung, aber ich bin nicht umsonst eingeladen worden. Ich darf auch ein bisschen pieksen. Passt der Regulierungsrahmen, so wie wir ihn aktuell haben, denn zu dem, was Sie da vorhaben? Also der Regulierungsrahmen ist erstmal besser als viele vermuten, also in der Abhängigkeit davon, was so öffentlich diskutiert wird. Es werden natürlich immer einzelne Themen rausgepickt. Wir werden sicherlich gleich über die Kapitalverzinsung sprechen. Aber der Regulierungsrahmen und diese verschiedenen Schritte, dass man erstmal eine Kostenprüfung macht, dass die Bundesnetzagentur auf Effizienz achtet, Haken hinter, eine Anreizregulierung, Haken hinter. Einen Effizienzvergleich, dem stelle ich mich gerne. Ich habe ganz klar unserer Mannschaft gesagt, wir wollen Champions League spielen, wir wollen Benchmark sein, wir wollen Innovationstreiber, Qualitätstreiber sein. Da mache ich überall einen Haken hinter. Aber er, Müller, jetzt nicht zu früh freuen. Also man muss sich ein bisschen vor Augen führen, wann die Grundzüge dieser Regulierung erdacht worden sind. Und das sind nun mal schon fast 20 Jahre. Und so wie Herr Montebau das vorhin vorgestellt hat, zu der Zeit sind die Netze überwiegend lastgetrieben ausgebaut worden. Und sie waren über viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, stabil. Und das hat sich komplett geändert. Die Dynamik, die wir in den Netzen sehen, die Dynamik, die wir im Umfeld sehen, hat rapide zugenommen, sodass ich, wir können gleich gerne über Detail sprechen, aber ich glaube schon, wir müssen die Regulierung weiterentwickeln und zwar insbesondere dynamischer machen. Ein Beispiel dazu, wenn die Zinsen relativ stabil sind und ein bisschen rumflattern rauf und runter, dann macht natürlich auch zehn Jahre Durchschnittszinssätze Sinn. Aber so wie sich die Zinsentwicklung insbesondere nach den Krisen der letzten Jahre entwickelt hat, müssen wir gemeinsam darüber nachdenken, ob wir nicht schnellere Anpassungsmechanismen haben, nach oben und nach unten. Symmetrisch habe ich überhaupt kein Thema mit. Aber so kann es aus meiner Sicht nicht bleiben. Herr Müller, Sie sind seit anderthalb Jahren Präsident der Bundesnetzagentur. Für die Dinge der Vergangenheit sind Sie nicht verantwortlich. Sie müssen die Zukunft gestalten. Aber zum Regulierungssystem hören Sie natürlich aktuell viele Anregungen, würde ich mal sagen. Man könnte auch Kritikpunkte sagen. Also klar, natürlich gibt es das Thema der Eigenkapitalzinssätze, wo Sie auch einen Schritt gemacht haben. Aber es gibt ja auch die Diskussion darüber, dass das Regulierungssystem, so wie es heute ist, auch ein Stück weit rückwärts gewandt ist. Und vor allem, dass es sich viel stärker an die neuen Aufgaben anpassen muss. Nämlich eigentlich dem Klimaschutz dienen muss. Welche Kritikpunkte davon stimmen denn? Und welche stimmen nicht? Also erstmal, Herr König hat doppelt recht. Das Regulierungssystem ist besser als sein Ruf. Und zweitens, es muss reformiert werden. So. Jetzt für die Juristinnen und Juristen unter uns. Die wissen, wir hatten ein europäisches Gerichtsurteil. Das heißt, die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag dürfen die Probleme, die Herr König, aber auch die ganze Branche adressiert, nicht mehr lösen. Und die Bundesnetzagentur darf es eigentlich noch nicht. Weil wir, just während wir reden, im Deutschen Bundestag, das wissen auch alle, gerade über die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes beraten wird. Mit ein bisschen Glück ist die nächste Woche durch. Und dann ändert sich die Situation. Ich will es anhand von vier ganz konkreten Punkten festmachen. Erstens, wir hatten den dringenden Wunsch, und da ist der Bundestag schon ein bisschen in Vorleistung getreten, das Problem der steuerbaren Lasten zu lösen. Insider 14a. Das haben wir, glaube ich, in der Art und Weise gelöst, dass wir der Branche, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft die nötige Zeit gegeben haben. Ich glaube, dass sich unser Vorschlag über diese Konsultation verbessert hat. Und wenn man vom VDA bis VZBV, also von der Automobilindustrie, bis zu den Verbraucherschützern Applaus bekommt, hat man entweder alles falsch oder doch einiges richtig gemacht. Also, auch aus der Branche höre ich, wir reden jetzt noch über genaue Termine, wann was in Kraft tritt, dass diese Konsultation, das war für uns eine Musterkonsultation, gut war. Zweitens, wir haben das Thema Eigenkapitalverzinsung. Lassen Sie uns gleich darüber reden gehört. Da haben wir jetzt nicht abgewartet, bis der Deutsche Bundestag sagt, Behörde, du darfst. Sondern wir sind gleich im Frühsommer in die Diskussion eingestiegen. Und wir müssen natürlich zwei Seiten sehen. Wir müssen Herrn König in die Augen gucken können. Aber wir müssen auch allen Verbraucherinnen und Verbrauchern der Industrie in die Augen gucken können. Weil alles, was ich der Branche mehr geben würde, als die 7,09 Prozent für Neuinvestitionen, das zahlen Sie alle. Und das in einer Situation, die eben auch ökonomisch, inflationär nicht leicht ist. Da haben wir der Konsultation gut zugehört. Und ich sage mal, es ist jetzt eine Frage von Tagen, bis wir unseren finalen Vorschlag veröffentlicht werden. Drittens, wir haben der Branche zugehört. Wir haben ja ein Netz, was so auf dem Intelligenzgrad eines Grundschulkindes ist. Also, auch da gibt es Superschlaue. Die Mehrheit ist ein Grundschulkind. Darum wissen wir, eine der großen Aufgaben ist nicht nur Erneuerbare, nicht nur Netzausbau, sondern es zu digitalisieren. Und wir haben heute damit begonnen, die Finanzierungsmöglichkeiten für die Digitalisierung zu verbessern. Wir sind rausgegangen mit einem Konsultationsvorschlag. Wir werden jetzt der Branche wieder zuhören. Und wir werden ganz schnell entscheiden, damit die intelligenten Stromzähler und alles, was da dranhängt, schnell refinanziert werden kann. Und das Vierte, damit warten wir jetzt aber noch die nächste Woche ab. Aber wir bereiten einen Neuaufschlag für die Anreizregulierung vor. Weil ich teile das, was Herr König sagt. Unser jetziges System ist dafür da, in einem Gleichklang gut mitzuschwingen. Fünf Jahre. Das ist in den heutigen Zeiten eine Ewigkeit. Und damit haben wir sozusagen in Göttingen schon mal geblinkt im Frühjahr für die Insider. Und wir werden wahrscheinlich in wenigen Wochen bis Monaten, aber noch in 23, mit einem Vorschlag rausgehen, in eine lange Konsultation. Wir wollen das wirklich mindestens ein gutes halbes Jahr diskutieren, um die Branche zu fragen, wenn wir schneller unbürokratischer werden wollen, was heißt das denn konkret? Es heißt auf jeden Fall, dass wir schneller werden können und damit auch den Dynamiken gerechter werden können. Es heißt aber auch, dass wir dann einfacher werden müssen. Einfacher heißt immer weniger Einzelfallgerechtigkeit. Und darum wird das ein ganz intensiver Dialog mit der Branche, mit der Wissenschaft, mit der Zivilgesellschaft, um auszudiskutieren, was heißt das konkret. Was nicht geht, ist unbürokratischer und so viel Einzelfallgerechtigkeit wie heute. Das geht nicht. Aber was das konkret heißt, Diskussion beginnt in 23. Wir hören so einen Zeitplan, bei dem man merkt, es stehen entscheidende Tage und Wochen vor uns. Da bestätigt das noch mal ausdrücklich. Herr König, wo wollen Sie denn da noch mal schnell einhaken und was wollen Sie Herrn Müller jetzt noch mal schnell mit auf den Weg geben, dass er dann tatsächlich auch die richtigen Entscheidungen aus Ihrer Sicht trifft? Oh, bei den vier Punkten wird mir natürlich so einiges einfallen. Aber ich fange mal wieder bei den Gemeinsamkeiten an. Ich glaube, es war ein hartes Ring um 14a. Insbesondere auch getrieben, aus meiner Sicht, durch eine völlig unnötige Panikmache. Jeder weiß, glaube ich, was damit gemeint ist. Wir wollen als Netzbetreiber so vielen Kunden wie möglich Partizipation an der Energiewende ermöglichen. Und deshalb ist in ausgewählten Einzelfällen und unter ganz engen Restriktionen eine Steuerung sinnvoll, um das Thema Gleichzeitigkeit in den Griff zu bekommen. Da gibt es noch eine Reihe von offenen Umsetzungsfragen. Aber ich glaube, die werden wir gemeinsam lösen. Schmunzeln, Herr Müller, musste ich gerade bei dem Thema Digitalisierung in den Netzen und Grundschule. Also dem muss ich Ihnen jetzt mal einfach ein bisschen wiedergeben. Natürlich sind wir heute auf Niederspannungsebene weitgehend nicht digitalisiert. Es war auch gar nicht notwendig, weil wir ausreichend Reservekapazitäten hatten. Also es ist kein Verschulden. Ich will es nur einordnen. Und wir sind natürlich auch immer angehalten gewesen, so effizient und kostengünstig wie möglich zu investieren. Es gab auch keine Anreize dafür. Sie haben auch keinen Vorwurf bei mir rausgehört. Nein, nein, ich will es nur erklären, weil wir haben ja, uns hören ja viele Menschen zu. Und ich würde mal ein bisschen differenzierter vorgehen und mal unsere drei Spannungsebenen, auf denen wir unterwegs sind, differenzieren. In der Hochspannung 110 kV sind wir wirklich klasse. Und das ist ziemlich durchdigitalisiert, ähnlich wie im Übertragungsnetz. Also da mache ich mal weitgehend einen Haken hinter. Da reden wir aber bei uns ungefähr über 2.100 Anlagen, die wir steuern müssen. In der Mittelspannung reden wir schon über 175.000 Anlagen. Und in der Niederspannung über 14 Millionen. Also nur mal ein bisschen die Herausforderung zu stellen. Und ich kann mich, jetzt gucke ich Alexander Montebau an. Wir beide haben uns vor zehn Jahren zum ersten Mal hingestellt und dafür geworben, runter bis zur Niederspannung zu digitalisieren. Da sind wir vom halben Jahr noch für belächelt worden. Und ich kann Ihnen eins sagen, wir werden es machen müssen. Anders werden wir systemisch mit dem Abschalten der rotierenden Massen das System nicht dauerhaft stabil halten können. Das ist reine Physik. Das hat nichts mehr mit Regulierung und Politik zu tun. Das ist Physik. So, und da haben wir noch einen ganzen Weg vor uns. So, und ich begrüße es sehr, dass auch die Bundesnetzagentur jetzt eine entsprechende Inzentivierung auf den Weg bringt, die es ermöglicht, uns ermöglicht, die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Vielleicht auch da noch mal zwei, drei Sachen dazu. Wieder eine gute Gemeinsamkeit. Digitalisierung bedeutet, dass wir in unseren Anlagen Sensorik einbauen müssen. Also, und Steuerungs- und Regeltechnik. Und wir brauchen ein Kommunikationsnetz, was in Echtzeitsteuerung ermöglicht. Und da haben wir gut zusammengearbeitet. Denn es war kein Zufall, dass das 450-Megahertz-Netz zur Energiewirtschaft kommt. Das war der richtige Schritt. Kein richtiger Schritt waren die Smart Meter. Wir haben uns von Anfang an dafür eingesetzt. Und zwar vehement voll Rollout über den Netzbetreiber. Damit haben wir in vielen Ländern, wo E.ON unterwegs ist. Ich war letzte Woche in Schweden. Da wird jetzt die zweite Generation ausgerollt. Da hinken wir hinterher. Da sind wir zu langsam. Und ich kann Ihnen jetzt, ich mache jetzt schon jede Wette darauf, in drei Jahren werden wir reformieren. Es muss schneller gehen. Können Sie mich gerne zitieren. Schauen wir uns an. Könnt ihr Ihnen jetzt eine Erfolgsstorie erzählen? Wir sind mit 200 intelligenten Messsystemen ganz weit vorne. Ja, das machen wir in Schweden in einem Monat. Also nur, um das mal ein bisschen einzuordnen. Wir könnten viel, viel schneller sein, wenn wir denn wollten. Und letzter Punkt. Ich begrüße sehr, dass die Bundesnetzagentur mit den Anpassungen, sowohl beim EK2-Zins, als auch bei den Neuanlagen, ein Schritt in die richtige Richtung gegangen ist. Jetzt kommt aber das Aber. Ich sage mal, beim EK2, das war überfällig. Denn es kann nicht sein, dass wir uns für 400 Prozent Geld bei der Bank leihen und dann zwei Prozent von der Bundesnetzagentur zurückbekommen. Also da braucht man nicht BWL studiert zu haben. Das funktioniert nicht. Beim EK1 ist mein klarer Wunsch, Herr Müller, dass wir das nicht nur auf die Neuanlagen, sondern auf die Bestandsanlagen erweitern. Denn die müssen auch finanziert werden. Kein Netzbetreiber finanziert ein Vermögensgegenstände, die bei uns 25 bis 40 Jahre halten, quasi in einer Finanzierungstranche, sondern die müssen regelmäßig refinanziert werden. Und deshalb haben wir uns immer dafür eingesetzt, auch die Bestandsanlagen in der Verzinsung anzupassen und kleine Petitesse, nicht erst ab 2024, sondern ab 2023, die Zinswende ist deutlich früher eingetreten. Also wir haben noch ein paar, ich sag mal, Streuße zu fechten. Dieses Argument haben Sie, glaube ich, und zu diesem Thema haben Sie wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten viele, viele Gespräche geführt. Sie haben gerade gesagt, der finale Vorschlag kommt dann in den nächsten Tagen. Legen Sie da nochmal ein Schäbchen drauf? Wir sind ja unter uns. Absolut, total vertrauensvoll hier. Darum gibt es bei uns sehr reguläre Verfahren. Dafür sind wir eine sehr gute deutsche Behörde und das werden alle auf einen Schlag mit unserer Veröffentlichung hören. Was wir in den letzten Wochen getan haben, ist a, viel mit der Branche zu reden. Auch, glaube ich, sehr vertrauensvoll. Wir haben auch viel mit Ratingagenturen und internationalen Investoren geredet. Und die sagen uns, auch natürlich immer ein bisschen interessensgeleitet, für sie ist eine Berechenbarkeit eines Systems wichtig. Also eigentlich wollen die alle eine langweilige Regulierung im Sinne von Verlässlichkeit. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Sie sehen auch, dass was in Deutschland politisch gefordert und jetzt unterwegs ist, das knüpft an unsere Diskussion von eben. Und darum sage ich nochmal, die Bundesnetzsicherung geht in zwei Schritten vor. Wir wollten nicht erst abwarten, bis wir die umfassende Kompetenz für die Netzentgeltregulierung haben, die wir wahrscheinlich nächste Woche durch den Deutschen Bundestag kriegen. Sondern wir wollten jetzt schon vor der Sommerpause beginnen, um eben zum 01.01.2024 der Branche entgegenzukommen. Das war der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Und den wollen wir jetzt auch sehr, sehr schnell finalisieren und veröffentlichen. Und dann laden wir alle ein, sobald wir die Möglichkeit haben, sehr umfassend zu fragen, was sind die Parameter, die in einer Anreizregulierung unter den Bedingungen, die Herr König und all seine Kollegen sagen. Massiver Ausbau der Netze, massive Digitalisierung der Netze, viel mehr EE-Anlagen und alles, was sozusagen noch dahinter steht. Und die Diskussion wollen wir einmalig, dann wollen wir wieder langweilig werden, aber die wollen wir einmalig mit viel Kreativität im Jahr 2024 führen. Nicht übers Knie brechen, nicht wie manchmal bei Gesetzesvorhaben, 36 Stunden, 48 Stunden Beteiligungsfrist. Dafür sind wir eben zum Glück die Bundesnetzagentur, sondern ein gutes halbes Jahr miteinander ringen, zuhören. Keine Frage von Gesichtswahrung, sondern eine Debatte um die besten Sachargumente. Wissend um die Nöte von Ehren und vielen anderen. Aber auch nochmal, Sie alle bezahlen das, was wir dort beschließen. Und in dem Verhältnis gute Anreizregulierung 2024 auf den Weg bringen. Herr König dazu? Herr Müller hat ja jetzt zweimal das Thema Bezahlbarkeit angezogen und das teile ich. Wir haben das gesehen beim GEG, wenn den Menschen bewusst wird, was es kostet und sie persönlich kostet, dann hört der Spaß auf. Das heißt, wir haben alle die Verpflichtung, die Energiewende, so kostengünstig und so ressourcenschonend wie möglich zu machen. Da machen wir allen Haken hinter. Herr Müller, aber ich möchte trotzdem nochmal eine Anregung geben zum Thema Bezahlbarkeit. Wir haben vor drei Jahren schon eine Studie mit zwei ganz renommierten externen Instituten gemacht, mit den Aachenern und einer zweiten unabhängigen Gesellschaft. und da ist glasklar rausgekommen, Nichtausbau der Netze wird bedeutend teurer als das Risiko eines möglichen Überbauens. Übrigens, so ein Überbauungsrisiko sehe ich in den nächsten 10 Jahren überhaupt nicht. Und ich kann Ihnen sagen, die Zahlen, die wir damals prognostiziert haben, was die Engpass- Bewirtschaftungskosten angehen und die fließen übrigens auch in die Netzentgelte ein und die müssen auch von uns allen bezahlt werden. Und ehrlich gesagt, das ist aus meiner Sicht komplett verschwendetes Geld, denn wir schalten Grünstrom ab, um nach dem Engpass, ich sag mal, fossile Kraftwerke hochzufahren. Das ist unnötig teuer und es ist nicht klimafreundlich. Und Herr Müller, wenn wir gucken, ist nicht Ihr Thema, aber nur, dass wir dann mal eine gemeinsame Basis haben. Vor drei Jahren eine Milliarde, ich mach's jetzt einfach, letztes, vor zwei Jahren zwei Milliarden Kosten und im letzten Jahr vier Milliarden. Und wenn ich die letzten fünf Jahre mir ansehe, haben wir zwölf Milliarden Euro für nichts ausgegeben, für Engpässe, die nicht da sein müssten, wenn wir frühere Genehmigung bekommen hätten und wenn der Netzausbau früher vonstatten gegangen wäre und überlegen Sie mal, was wir mit zwölf Milliarden an Netzen bauen könnten. Und wenn wir über Bezahlbarkeit reden, dann müssen wir heute uns die Preise angucken, die Endkundenpreise für Haushaltskunden und Industriekunden und mal gucken, was ist denn wirklich preistreibend. Da werden die Netze eine Rolle spielen, aber aus meiner Sicht nur untergeordnete. Und ich will ja einfach mal nur drei Schlaglichter nennen. Wir verknappen in einem Tempo, in einem atemberaubenden Tempo unsere eigene Erzeugung und wundern uns dann, dass Knappheitspreise nach oben gehen. Da kann man ansetzen. Wir genehmigen nicht den Netzausbau und wundern uns dann, dass wir im Jahr vier Milliarden Euro, vier, das muss man sich auch vorstellen, und das muss man auch mal ins Verhältnis setzen, ein Prozent Ekerzinserhöhung würde nicht einen Bruchteil dessen kosten, was wir an Engpasskosten haben. Und last but not least, 50 Prozent des Endkundenpreises sind Steuern und Abgaben. Also mir, bevor ich über Industriestrompreise nachdenke, würde mir unheimlich viel einfallen, wie wir den Strompreis runterbringen können. Wir könnten uns jetzt zurückziehen und stundenlang, glaube ich, diskutieren bei den Themen, die Sie gerade alle aufgemacht haben. Aber ich will mein Monopol hier nicht ausnutzen und alle Fragen stellen, weil erstens gibt es hier noch Kolleginnen und Kollegen, im Raum. Da möchte ich gerne die Gelegenheit bieten, wenn Sie Fragen haben, geben Sie mir gerne ein Zeichen, können sich gerne melden. Und genauso geht diese Aufforderung natürlich an die Kolleginnen und Kollegen im Livestream. Wenn Sie da Fragen haben, sehr gerne. Sie können sie auch jetzt schon anbringen. Viele Themen haben wir, glaube ich, ja jetzt schon angesprochen. Dann gerne kurz die Kamera anmachen und die Frage stellen. Das ist einfacher für uns, als es hier auf dem Monitor zu lesen. Also wenn Sie möchten, dann sehr gerne. Gucken ganz kurz, ob sich jemand ermuntert fühlt. Sonst mache ich natürlich erst gerne mal weiter. Und Herr Müller, Sie haben die Herausforderung Digitalisierung angesprochen, ja auch Kritik geübt. Bei den Grundschulkindern muss ich auch schmunzeln. Ich habe zwei davon, die sind mir manchmal schlauer, als mir lieb ist in manchen Diskussionen. Aber mit Paragraf 14a kommt ja jetzt ein Instrument, in dem Sie auch die Digitalisierung, die Flexibilisierung, die Steuerung auch einfordern. Das andere ist auch in der Anreizregulierung, und das ist ja ein Kritikpunkt der Branche, schon seit Jahren, können Sie stärkere Anreize setzen, damit Digitalisierung auch vorankommt. Sie haben es gerade schon eigentlich, eigentlich ja schon gesagt, aber die kommen, diese Anreize. Ja, natürlich, weil sie aus der Branche heraus von den meisten gewollt sind, weil sie von der Politik erwartet und auch angelegt sind und weil sie aus Regulierungssicht zwingend sind. Aber wir gehen da tatsächlich mit einem vernünftigen Augenmaß voran. Jetzt gibt es in jeder Grundschulklasse schon den Mathe-Crack oder diejenigen, die schon super Gedichte schreibt und alles. Die gibt es auch. Die sehe ich auch bei den Verteilnetzbetreibern. Die kommen ja teilweise nach Bonn und sagen, schaut mal, was wir schon geschafft haben. Dann gucke ich aber leider auch auf die anderen 90 Prozent und ich bin jetzt bereit, über die 90 lange zu diskutieren. Es gibt eben nicht nur E.ON. Es gibt nicht nur, das war jetzt für den Gastgeber, es gibt nur nicht nur diejenigen, die ich kreide, es gibt auch viele andere. Und wir müssen ehrlicherweise sagen, wir haben fast 900 Verteilnetzbetreiber in sehr, sehr unterschiedlicher Größe, in sehr, sehr unterschiedlicher Leistungsfähigkeit. Auch da alles gewollt gewesen, alles ist tosch gewachsen. Und insofern muss die Bundesnetzagentur eben nicht nur auf den schlauesten in der Klasse Rücksicht nehmen, das sollten wir auch immer tun, die sollten wir auch fördern, auch antreiben, sondern wir müssen gucken, dass das ganze System es kann. Das müssen wir mit unseren Regulierungen austarieren. Und ja, der 14a hat die ersten Schritte gemacht und wir sind jetzt super gespannt, ob die, ich sag mal, ersten höheren Mathematikaufgaben, die wir da der Branche gestellt haben, ob die wirklich bewältigt werden können. So. Und ja, ich will mich jetzt nicht zigmal wiederholen, mit der heute Morgen begonnenen Konsultation erfüllen wir einen dringenden Wunsch der Branche, auch da nicht auf die ENWG-Novelle zu warten, sondern jetzt schon ein Finanzierungs-, ein Refinanzierungssystem auf den Weg zu bringen. Und da wollen wir der Branche zuhören. Sie haben eben so schön gesagt, ich entscheide. Erst hören wir zu. Und das ist für mich der wichtige Unterschied, gerade wenn eine Behörde wie die Bundesnetzagentur immer mehr zu entscheiden hat, dann sollte sie vorher sehr, sehr gut zugehört haben und auch nachweisen, dass sie für gute Vorschläge offen ist. Und ja, das wird zu einer Digitalisierung des Netzes führen. Regulierung, Finanzierung ist die eine große Baustelle beim Thema Netze. Die Genehmigungsverfahren, Herr König, die haben Sie gerade schon angesprochen. Sie sagen, es gibt enorme Kosten im System. Die müssten wir eigentlich gar nicht haben, wenn wir schnellere Genehmigungsverfahren in der Vergangenheit schon gehabt hätten. Jetzt wurde hier vorhin auch schon das Osterpaket angesprochen. Es gibt ja immer wieder politische Initiativen, um den Netzausbau zu beschleunigen. Ist das, was jetzt in jüngster Vergangenheit beschlossen worden ist, bei Ihnen schon angekommen? Spüren Sie das? Also das war nur eine Flasche. Kriegen Sie keinen Schrecken? Nein, spüren wir an weiten Teilen noch nicht. Also es gibt Einzelbeispiele, die stimme ich sehr zuversichtlich. Die Bayern geben gerade ziemlich Gas, muss ich sagen. PV boomt da ohne Ende und wir werden da massiv ausbauen müssen, wie quasi quer durch Deutschland. Aber die Bayern geben da also mit höchster politischer Rückendeckung richtig Gas. Das gefällt mir. Aber in Summe, und das wundert mich natürlich nicht, also das geht mir im Unternehmen natürlich genauso, wenn der Vorstand etwas entscheidet, bis das bei 80.000 Mitarbeitern auch durchkaskadiert ist, das geht nicht von heute auf morgen. Insofern bin ich da realistisch. Ich finde, die Politik hat viele Schritte in die richtige Richtung gemacht. Ich würde mir trotzdem noch mutigere Schritte... Bei welcher? Wo druckt der Schuh am meisten? Guck mal, das ist die Frage, wie mutig will man sein? Ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, wir verzichten in den nächsten fünf Jahren komplett auf Genehmigungsverfahren und setzen darauf, dass die Netzbetreiber verantwortungsvoll die Netze ausbauen. Was wir tun werden, das wäre natürlich ganz radikal, wird natürlich massiven Widerspruch hervorrufen. Ich könnte auch sagen, da braucht man natürlich eine rechtliche Absicherung. Wir fangen schon an zu bauen ohne Genehmigung. Gibt es ja auch Beispiele dafür. Also das sind radikale Beispiele. Also das muss man mal an sich ranlassen. Aber wir wollen ja ausbauen und wenn man richtig Gas geben will, ich sag mal, dann muss man auch vielleicht den einen oder anderen Zopf abschneiden. Ich sag mal, wenn man eher mit im klassischen System bleiben will, dann würde ich mal sagen, müssen mindestens die zuständigen Behörden personaltechnisch ausgestattet werden, dass sie es abarbeiten können. Und ich muss immer noch über das Grundschulbeispiel schmunzeln, weil eigentlich passt das gar nicht, Herr Müller, denn die Grundschulkinder, die sind digital heute ziemlich weiter als einige, ich sag mal, in unserem Alter. Aber da müssen wir noch mal anders rangehen. Also jetzt erst mal jedes Beispiel hinkt. Aber jetzt hat es die Bundesnetzagung schon ein bisschen leichter, weil wir ja für die Genehmigung der Übertragungsnetzbetreiber zuständig sind und ich nicht 80.000 Kolleginnen und Kollegen begeistern muss. Bei uns sind das ein paar weniger. Wir sehen, dass vom Bündelungsgebot über die Frage des vorzeitigen Maßnahmenbeginn über weniger Naturschutz materielle Prüftiefe wir jetzt schon sagen können, die Bundesnetzagentur und die vier Übertragungsnetzbetreiber werden deutlich schneller sein in ihren Netzen. So, wir werden jedes Jahr die Genehmigungen verdoppeln, Stichwort exponentiell und wir wollen bis Mitte 25 mit dem größten Schwung durch sein. Wir haben ein magisches Datum, das ist für die Eingeweihten der 30.06.24, weil bis dahin die EU-Notfallverordnung gültig ist, die uns einen richtigen Schub an Beschleunigung ermöglicht. Schön wäre es, wenn sie noch länger, aber ist nicht Weihnachten und nicht Ostern gerade. Aber das heißt, wir bereiten gerade alles vor und sind auch mit den Ländern gerade bei einem intensiven Dialog, doch das zu nutzen und da werden wir sehr, sehr kreativ und pragmatisch sein, damit wir da möglichst viel mit reinbringen. Das heißt, wir sehen, wir sehen zumindest, dass die drei und wie gesagt, vielleicht nächste Woche noch das vierte Beschleunigungspaket wirken. Aber ja, der Föderalismus ist eine Herausforderung, da können wir den Ländern Hilfe anbieten, das tun wir als Bundesnetzagentur sehr gerne, aber ja, es wirkt und es muss auch weiter wirken. Für die Genehmigungsverfahren werden ja teilweise immer noch Kisten mit Aktenordnern durch die Gegend geschleppt, bei Ihnen nicht mehr in Ihren Fällen, aber ist das nicht auch ein ganz, ganz dringender Schritt, dass wir davon endlich wegkommen? Deswegen, das Thema Digitalisierung muss natürlich auch bei der Verwaltung ankommen und gucken Sie sich nur mal die Medienberichterstattung in den letzten fünf Tagen an. Ich schneide mir dann immer die Artikel aus, also deshalb muss ich vorhin schmunzeln, also Digitalisierung, Grundschule, ich kann nur sagen, während wir im Netz schon weit, weit mit der Digitalisierung sind, da wird in der Verwaltung noch Papier per Postkutsche hin und her gefahren. Also das geht natürlich nicht. Auch da vollständige Digitalisierung, allein das würde massiv beschleunigen. Und auch wenn das wiederum ein bisschen unpopulär sein wird, wir müssen den Rechtsweg verkürzen. Es kann nicht sein, dass wir uns Jahre, teilweise Jahrzehnte lang durch die Instanzen quälen und eine Genehmigung für eine 110-KV-Leitung, wenn man Pech hat, 12, 14 Jahre dauert. Es geht einfach nicht mehr. Ich gucke noch mal, ich ergreife noch mal die Gelegenheit, weil Sie die Medienberichterstattung gerade angesprochen haben, gucke noch mal in die Runde. Sie können auch gerne ein Handzeichen geben, dann sehe ich, dass da auf jeden Fall eine Frage da ist. Wir haben viele Themen, Genehmigungsverfahren, Paragraf 14a, Anreizregulierung, ENBG-Novelle. Also es gibt, glaube ich, durchaus Möglichkeiten. Da kommt, glaube ich, jetzt, ah, jetzt kommt eine Frage auf dem schriftlichen Wege. Ich lese sie mal vor. Angesichts der Schwierigkeiten, die viele kleinere Netzbetreiber bei der Digitalisierung ihrer Netze haben, lohnt es sich, über eine gemeinsame, größere Netzgesellschaft nachzudenken, die von dem Betrieb und damit auch die Digitalisierung der Netze übernehmen. Eine Diskussion, die es ja auch schon lange gibt. Es gibt den Bundesverband Erneuer Energiewirtschaft, der sich am liebsten nur noch 25 Verteilnetzbetreiber wünschen würde. An wen stelle ich die Frage? An die Betroffenen zuerst. Ich glaube, das sind wir dann. Also, ja, die Zahl 25 kommt, das will ich nicht kommentieren. Ich bin großer Freund von Marktwirtschaft und Wettbewerb und der Wettbewerb wird es am Ende entscheiden, ob wirklich 800 oder 900 Netzbetreiber notwendig sind oder nicht. Ich stelle heute fest, das Zusammenspiel von großen Regionalgesellschaften, von großen Stadtwerken und kleineren Stadtwerken funktioniert ja. Wenn ich mir angucke, wenn ich das aus einer reinen Netzperspektive betrachte, Herr Müller stellt uns ja jedes Jahr ein Zeugnis aus über die Netzqualität, über Ausfallzeiten, über Ausfallhäufigkeiten, da brauchen wir uns nirgendwo auf der Welt zu verstecken und das bei einem erneuerbaren Anteil von 50 Prozent. Also das muss man erst mal suchen. Also von der Qualität der Netzversorgung her sind wir schon ziemlich gut. Wir wollen uns da nicht drauf aufruhen, aber da spielt die Anzahl jetzt der Netzbetreiber die Rolle nicht. Wir bieten heute vielfältige Kooperationsmodelle an. Ich kann Ihnen sagen, selbst uns fällt es ja schwer, teilweise die Digitalisierungsexperten am Markt zu bekommen, die wir brauchen. Wir schauen mittlerweile weltweit und ich kann mir vorstellen, wenn wir schon Schwierigkeiten haben, wie soll dann, ich sage mal, ein kleineres Stadtwerk diese Expertise aufbauen. Wir haben uns vor Jahren schon geöffnet, wir bieten unsere Lösungen Dritten an, wir bieten vielfältige Dienstleistungen an, sowohl was klassische Netztechnik angeht, aber auch Digitalisierungsanwendungen und ich bin fest davon überzeugt, dass es dazu in den nächsten Jahren eine Reihe von neuen Partnerschaften und möglicherweise auch in der Tat größere Netzzusammenschlüssen kommen wird. Ich kann es heute jedenfalls aus in einzelnen Fällen schon berichten, dass Kommunen, die rekommunalisiert haben vor zehn Jahren heute sagen, das haben wir so nicht kommen sehen, lasst uns wieder enger zusammenrücken. Aber das ist etwas, das wird Markt und Wettbewerb in den nächsten Jahren zeigen und darauf setze ich. Die Aufgaben, die auf die Unternehmen zukommen, sind sehr, sehr komplex, aber trotzdem heißt es ja auch nicht immer, dass die Kleinen diejenigen sind, die überfordert sind. Es gibt ja auch immer auch sehr smarte, kleine Unternehmen. Herr Müller, als Präsident der Bundesnetzagentur, wollen Sie zu so einem Thema überhaupt was sagen? Ich scheue mich da nie. Erstens, ich glaube auch, dass die Frage der Numerik uns nicht weiterführt. Weder sind, ich glaube, 888 plus minus eine gute oder eine schlechte Zahl. Und ich glaube, wenn man irgendetwas bewegen möchte, dann sollte man auch nie über die Frage der Rechtsform oder ähnliches nachdenken. Das führt uns nicht weiter. Was wir schon sehen, ist, dass Read-Spatch 2.0 kein ruhmreiches Kapitel war. Was wir hören, ist von vielen Projektierern, die bundesweit unterwegs sind, dass für sie die noch nicht erfolgte Standardisierung ein großes Problem ist. Was wir sehen ist, Herr König hat vollkommen recht, die herausfordernden Digitalisierung sind gigantisch und jeder, der Digitalisierungsprojekte gemacht hat, kennt Economies of Scale. Da gibt Größe einen Vorteil. So, aber das sagt nichts über die Rechtsform aus. Da können Kooperationen, da können Fragen von Serviceleistungen oder Servicegesellschaften eine Rolle spielen. Ich glaube, dass da ganz viel Kreativität möglich ist. Ich setze tatsächlich drauf, dass das ein Diskurs in der Branche ist. Auch da gilt, über die Anreizregulierung, die wir jetzt zur Diskussion stellen, wird die Frage, wie ermöglichen wir leistungsfähige Verteilnetzbetreiber eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und was brauchen sie dafür? Und darum bin ich da ganz zuversichtlich. Wir hören die guten Seiten. Wir hören auch eine Reihe von Klagen. Und darum gehört das für uns mit in die Diskussion in 2024 hinein. Und ich setze darauf, dass wir das gemeinsam, Branche und Regulierung, gut hinkriegen. Gucken wir zum Schluss nochmal ein kleines Stück voraus. Sie haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Und die In-WG-Novelle der Beschluss steht kurz bevor. Das ist ein Moment, der dann manifestiert, dass die Bundesnetzagentur unabhängiger wird als das, was sie vor war. Sie hat mehr eigene Entscheidungshoheit. Und Sie haben schon gesagt, Ihre Antwort darauf ist auch mehr Dialog mit der Branche. Sie wollen besser zuhören. Sie dürfen Ihre Entscheidung dann aber auch entsprechend alleine treffen. Herr König, es wird ja darüber diskutiert, wer guckt der Bundesnetzagentur denn künftig auf die Finger? Es gibt ja durchaus eine Sorge in der Branche, dass da eine Behörde entsteht, der niemand mehr so richtig auf die Finger guckt. Was wäre Ihr Vorstieg? Der BDW hat jetzt jüngst gesagt, ein Energiebeirat. Es gibt ja einen Beirat der Bundesnetzagentur schon als Ihr beratendes Gremium noch mal ein weiterer Beirat, der speziell sich um Energielösungen oder Energiefragen kümmert. Ist das eine Lösung für Sie? Also ich habe vor einigen Monaten und auch mit dem Augenziel, Herr Müller weiß, was ich meine. Ich habe ja gesagt, da darf jetzt keine Superbehörde entstehen, die sich jeder Kontrolle entzieht. Ich will das aber ein bisschen einordnen. Also das war vielleicht ein bisschen überspitzt und mit dem Augenzwinkern. Auf die Bundesnetzagentur kommt jetzt auf jeden Fall eine Menge mehr Verantwortung zu. Das muss man mal feststellen. Ansonsten halte ich es mit kernrechtsstaatlichen Prinzipien. Checks and Balances brauchen wir überall. Also muss es auch, das steht für mich, glaube ich, gar nicht zur Diskussion, auch eine Instanz geben, die, ich würde jetzt nicht sagen, auf die Finger guckt, aber die auf jeden Fall kontrolliert, ist das alles okay, was die Bundesnetzagentur macht. Die Bundesnetzagentur hat heute einen Beirat. Da muss man natürlich mal reingucken, wie ist der Beirat zusammengesetzt, wie viel Expertise ist da. Das ist aus meiner Sicht ein gangbarer Weg. Im Übrigen will ich aber auch noch mal eins sagen. Jedwede Organisationsform steht und fällt mit den Menschen, die darin arbeiten und wie sie ihre Freiheitsgrade ausschütten. Und da setze ich eben auch auf die handelnden Personen, dass die Menschen, die jetzt mehr Verantwortung und wie Herr Müller sagt, mehr Arbeit haben, sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und zwar nicht einseitig im Sinne von Verbraucherschutz, sondern balancierend, abwägend austarieren. Und ich glaube, am besten geht es Herrn Müller, wenn alle auf ihn schimpfen. Solange einer ganz, selbst wenn er sich stimmen und heimlich freut, wäre, glaube ich, kein gutes Zeichen. Aber den Balanceakt zu gehen, da wünsche ich ihm auch eine glückliche Hand. Da hat er gut was zu tun. Gut, gerade hat er gesagt, er wurde von allen Seiten gelobt für 14a. So, jetzt haben wir doch noch zwei Fragen, die würde ich noch rannehmen. Einmal aus dem Chat, Herr König, 26 Milliarden haben Sie gesagt, wollen Sie investieren in den nächsten fünf Jahren. Wie ist das Verhältnis klassischer Netzausbau, digitale Netzinvestitionen? Können Sie dazu was sagen? Ja, zunächst mal, ganz trennscharf ist das Ganze natürlich nicht. Denn sowohl, also man kann in aller Regel nicht sauber trennen zwischen Netzausbau und Ertüchtigung bestehender Netze. Das geht in der Regel Hand in Hand. Ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen können Sie rechnen, 30 bis 40 Prozent Neubau, Ausbau. Und da habe ich die Zahl auch gerade ziemlich präzise im Kopf. Wir geben pro Jahr ungefähr 400 Millionen für Digitalisierung aus. Und das wird eher tendenziell steigen. Gut, vielen Dank dafür. Und dann haben wir noch eine Frage hier in der Halle und dann bräuchten wir einen oder im Zelt und bräuchten ein Mikro hier vorne. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Christophers und Herr Müller, da ich unter Ihren Vorgegern einige Jahre im Beirat gesessen habe, da will ich nur sagen, ich hoffe sehr, dass der Bundestag nächste Woche die Entscheidung trifft. Und bevor wir jetzt wieder anfangen, über Kontrollmechanismen zu reden, und da teile ich ja in Königs Auffassung, die möglicherweise den Prozess etwas behindert, hoffe ich sehr, dass es uns gelingt, diese Balance dann auch wirklich tatsächlich herzustellen, sage ich mal. Und ich bin auch da optimistisch, dass es in Deutschland auch so kommt. Gestatten Sie mir trotzdem mal die Gelegenheit zu nutzen, eine Frage zu stellen. Die Diskussion über die Aufteilung in Deutschland in zwei Zonen, sage ich mal, die gibt es nur schon seit über zehn Jahren. Nun ist sie wieder hochgekommen, sage ich mal, es ist nach europäischem Recht auch möglich. Herr Müller, haben Sie dazu schon eine Position? Schöne Frage, Herr Müller. Aber sowas von. Erstens, um die Debatte, die europäische Debatte, die Sie beschrieben haben, zu verstehen, muss man wissen, Deutschland lagert einen erheblichen Teil seiner Kosten für den eben mehrfach beschriebenen verzögerten Netzausbau, also einen überregionalen Netzausbau in unser Ausland aus. Also ich bin jetzt, ich hole gerade meine Dienst, also meine Antrittsbesuche nach. Ich war in Warschau, ich war in Paris, ich war in Holland, in Belgien, Österreich und alle meine Kolleginnen und Kollegen rechnen mir vor, ein Teil der Kosten zahlen unsere europäischen Nachbarn. Und das seit Jahren. Und da sind die sauer drüber. Das ist der Teil, den ich verstehen kann. Und meine Empfehlung sowohl an Acer, das ist sozusagen ein europäisches Gremium, was mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeitet, an die EU-Kommission, an die Bundesregierung, Deutschland muss dieses Problem nicht durch zwei, drei oder fünf Stromgeburtszonen lösen, sondern durch den jetzt mehrfach beschriebenen massiv beschleunigten Ausbau der Übertragungsnetze. Ich glaube, wir können das. Das war auch die Absprache, die mein Vorgänger vor einigen Jahren getroffen hat. Und wir können jetzt nachweisen und wir werden das Jahr für Jahr tun, dass, wie gesagt, erstens unsere Genehmigungen, vorzeitige Maßnahmen beginnen, jetzt auch der Bau der Übertragungsnetze deutlich schneller geht als in der Vergangenheit. Das heißt, das Problem, was wir verursachen, das lösen wir jetzt auf die intelligenteste Art und Weise. Gewinnen wir wirklich irgendwas durch verschiedene Stromgeburtszonen? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir verlieren eine Menge, also vor allem in den Zonen, in denen Strom teurer werden würde. Aber ich glaube, wir gewinnen nichts in den anderen Regionen und ich glaube, auch unsere Nachbarn gewinnen nichts. Darum ist unsere fachliche Empfehlung als Regulierungsbehörde, diesen Weg nicht zu gehen, einen anderen. Um es einmal deutlich gesagt zu haben, das, womit wir in wenigen Wochen um die Ecke kommen, hat mit dieser Debatte nichts zu tun. Was wir machen werden, ist, wir werden einen Vorschlag zur Diskussion stellen über die Frage, wie in den örtlichen Verteilnetz entgelten, der Anteil erneuerbarer Energien einen Niederschlag finden sollte. Das ist ein Vorschlag, den ich für sachgerecht halte, den wir wiederum diskutieren werden mit der Branche, den wir auch nicht sozusagen nach Nordost gegen Südwest diskutieren wollen, weil ich habe auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen einzelne Netzgebiete, die sind ziemlich gut, ich wünsche mir noch mehr, aber das hat überhaupt nichts zu tun mit der Debatte, die Sie gerade angesprochen haben. Das sind zwei komplett getrennt Parachure. Herr König, wollen Sie dazu noch kurz was sagen? Ja, kann ich aber kurz machen, weil ich vollumfänglich teile, was Herr Müller gesagt hat. Auch E.ON hat sich da ganz klar positioniert. Wir halten von verschiedenen Preiszonen gar nichts. Die empirische Wirksamkeit ist derzeit nicht nachgewiesen. Wir entziehen den Märkten Liquidität und das Grundproblem ist auch klar, Netzengpässe und wir sollten das Übel an der Wurzel packen und nicht irgendwo Pflaster draufkleben, die am Ende nicht helfen. Gut, meine Herren, dann vielen lieben Dank für die Diskussion. Herr König, Sie hatten ja eigentlich das Buffet schon eröffnet, bevor wir in die Diskussion gegangen sind. Das galt für alle hier im Raum, nur nicht für uns drei. Deshalb nehme ich mir jetzt einfach mehr raus und sage auch, das Buffet ist eröffnet. Vielen Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream und Ihnen noch eine schöne Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank.